nintendo und such dir eine sprache aus deutsch ihr kennt bestimmt das spiel von final messenger ich spiele es auch ich wollte schon immer spielen und es beginnt jetzt mal was das für ein könig ähm wie hieß tot hat sowieso keine chance er hat den stab geklaut verdammt ich hasse diese schlange ich kenne die noch von früher liebe prinzessin peach etwas furchtbares ist passiert die garstigen koppers verbreiten angst und schrecken was ich habe niemals gedrückt ich wollte es lesen verdammt und luigi was machst du hat kein bock zu gehen aber muss dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad spiele das auf deutsch und ich kann es eigentlich verstehen ich habe es mal kurz angespielt als ich klein war ich hatte das spiel mal super mario ist drei und los geht's spiel datei 1 ja mit mario alleine welt 1 okay die erste welt gucken wir uns das mal an okay die steuerung wie beim markt bei super mario advent 2 aber irgendwie ist die steuerung hier ich weiß nicht wie soll ich die beschreiben irgendwie anders ich kann das ich kann es nicht beschreiben verdammt so verdammt ich wollte dass er eine scheiße okay werde meine schwierigkeiten hier haben aber richtig hat schon gut angefangen leute hat schon sehr gut angefangen sie kommen wir müssen da helfen im schloss und so muss mir einfach nur daran gewinnen so zu spielen mit das was du dann geht es einfach okay hier kann man was bekommen ihr wisst bestimmt schon was das ist und so ein blatt okay jetzt kann er fliegen meins meins ach kacke verdammt okay ich mach einfach weiter weil hier gibt es sowieso nichts besonderes denke ich mal aber wenn doch werde ich das sowieso nicht machen und ja stern bekommen level geschafft du hältst eine karte so schnell ging es auch mario start irgendwie kommt die musik mir bekannt vor oh verdammt ich kann nicht rein denn 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 so okay verdammt so was was ich will den stern Was? So schnell war das Level? Ja, okay, dann wird es ein sehr schnelles Projekt werden. Ja, okay. Und weiter geht's. So schnell war das Level? Ich glaube... Ach, Kacke! Hier ist ein kleiner Wichsers wieder. Ich habe ihn wieder vergessen. Die waren aber böse. Ihr Hammer, Brüder! Aber diesmal sind das keine Hammer, Brüder. Das sind jetzt Bummaren, Brüder. So. So. Alles zerstören, alles zerstören. Okay, da bist du jetzt weg. Was für Hölle? Okay, das wusste ich nicht. Just what I need in. Ich lass dich in Ruhe. Warum greifst du mich an? Das ist doch ganz kacke. Gruppe mit Flügeln. Das ist sehr, sehr schlimme Kombi. Komm. Nochmal. Den, 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 den. So. Verdammt, okay. Warte, wo war das denn? Ach, hier war das? Oder war das hier? Hä? Okay, egal, egal. Ich mach einfach weiter. Verdammt! Okay, du bist weg. Okay, geschafft. Äh, ganz falsche. Ach. Triffst du, denke ich, Mann? Danke. Level geschafft. Du hast eine Karte. Ein ab. Ich glaube, wenn ich alle drei richtig hätte. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Hallo, wähle eine Truhe. Ihr Inhalt wird dir auf deinem Weg nützlich sein. Ein Pils, ey! Okay. Was ist hier? Was ist hier? Oh nein! Verdammt! Verdammt! Es hat schon angefangen. Es hat schon angefangen. Mit der verdammten Kacke hier. So. Ich weiß gar nicht, ob man das überspringen kann. Oh, Kacke. Ich hab keinen Bock drauf. So. Verdammt, ich hab keinen Bock drauf. Wenn jetzt noch ein Gegner kommt, trinke ich komplett aus. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. So. Ey! Ey! Oh, das war knapp. Och, du heilige Kacke. Boah! Alles geschafft? Ähm. Yeah, geschafft. Gut so. Und weg. Damn! Ja, ich hab alles geschafft. Sehr, sehr, sehr gut. Und weiter geht's. Was ist das? Setze die drei Teile eines Bildes richtig zusammen. Und gewinne einen Preis. Du hast nur einen Versuch. Ähm. Verdammt. Ja, geht doch. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Kann ich speichern? Ähm, nein. Ähm, wartet. Acht Minuten bis... Acht Minuten bis der Vergangen. Okay. Ähm, okay. Oh. Was zur... Willst du mich verarschen? Wieso gehst du nach links? Bist du linksradikal? Elender Mario. Elender Mario. Du bist ganz, ganz böse. Ein böser Junge. Guck mal, wo du hingehst. Diesmal nach rechts. Hast du dich jetzt anders entschieden, oder was? Ähm, komm mal hoch. So. So. Mit deinem Pilz. Just what I needed. Ähm. Ja. Okay. Okay, Glück gehabt. Aber das ist irgendwie leichter als die anderen Teile bisher. Rein mit dir. Okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was bist du, Meiner? Wie tätig dich? Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Boss? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Okay, die Tür ist jetzt geöffnet. Dein Fortschritt ist speichern. Ja. Speichern. Dankeschön. Was heißt das denn? Decke zwei Karten auf und finde dabei die Paare. Liegst du zweimal falsch, ist das Spiel vorbei. Verdammt. Verdammt. Aber woher sollte ich wissen, wo was ist? Ach du heilige Kacke. Ähm. Meins. Just what I needed. Okay, die fünfte Welt. Geiles Spiel. Äh, die Musik gefällt mir jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Ach du heilige Kacke. Hä? Ähm, okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Sie? Willst du mich verarschen? Ähm. Komm. Komm. Okay, zweimal Pilz. Irgendwie bin ich gut. Oder irgendwie sind die Levels ja richtig einfach. Bisher bin ich nur einmal gestorben oder zweimal. Keine Ahnung mehr. Und? denn 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 da lang. Yeah, Mamma Mia. Komm nochmal dahin. Ich war zu vorheulig. War einfach zu vorheulig. So. Komm runter. Jetzt hab ich den Pilz. Jetzt kannst du nirgends wohin. Den, 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 den. Warte. Ach, komm, fick dich doch ins Knie. So. Aber es kommt jetzt auf mich zu. Verdammt. Den, 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 den. Verdammt. Ich wollte unbedingt einen Pilz haben. Egal, Leben dazu. Wie viel Leben hab ich? Was, zwei Leben hab ich? Oh, komm. Speichern. Ja. Okay, jetzt hab ich einen Pilz. Ich weiß nicht, wozu man die hat. Okay, jetzt geht's los. 14 Newton. Haben wir bisher? Okay, das mach ich in diesen... Oh, wurscht furchtbar. Der König wurde verzaubert. Bitte finde den Zauberstab, um ihn zurück zu verwandeln. Mario Start. Dun, 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 dun. Schaffe ich das in diesem Video noch? Ach, du Kacke. Okay, Kanonenkugeln fliegen. Sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Oh. Ich verste... Ach, du Kacke. Ach. Oh, verdammt. Ich glaube, das Spiel ist einfacher als das, was ich gerade spiele, Super Mario Advance 2, weil ich hab bemerkt, ich hab bisher keinen Savepoint mit einem Level gesehen, weil, glaube ich, alle Levels kurz sind. Sehr kurz. Ähm, rein mit mir. Puh auf dein Gesicht, ich schwöre auf alles. Puh. Puh, puh. Ähm. Du verschwindest den Platz, oder was? Muss ich das von vorne wieder machen? Ja, ich muss das wieder von vorne machen. Puh, auf dein Gesicht, ich schwöre auf alles, nur weil ich klein bin. Rassismus wegen der kleinen, äh, Statur. Ähm. Komm, ja, Pilz. Dankeschön. Du fick dich ins Knie. Boah, ey. So. Komm, jetzt rein damit. So. Geschafft. Meins. Meins, meins. Den Dünnerspieß hab ich geholt. Ey, Dünnerspieß. Der wird geschafft. Ey. Aber das ist bestimmt nicht das Ende. Es geht weiter. Okay, er fliegt vom Himmel herab. Er denkt, er wäre Gott. Aber er ist noch ein gewöhnlicher Klempner. Sultan Ahmed ist wieder da. Oh, großartig. Fantastisch. Ich habe meine alten Gestalt zurück. Tausend Dank. Hier ist ein Brief. Hier ist ein Brief von der Prinzessin. Ähm, okay. Als Belohnung kriegen wir einen Brief von der Prinzessin. Oh. Okay. Falls du einen Gast zu sehen bekommst, Vorsicht, sie jagen dich, sobald du ihnen den Rücken zuwendest. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird. Prinzessin Todstoi. Okay. Level 1. Komplett. Deine Frau steht jetzt speichern. Ja. Speichern. Level 2. Und hier sehen uns das nächste Mal, Leute. Tschüss.